Ja, Thorsten, du warst schon ganz viel in der Vorbereitung dieser Veranstaltung hier. Habe ich eine beeindruckende Liste von Dingen, die du alle schon gemacht hast. Du hast mich vorhin darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht etwa parallel so ist, sondern dass du diese Dinge überwiegend hintereinander gemacht hast, da auch du die Kunst der DNA-Zellteilung noch nicht hundertprozentig beherrschst, wie die meisten von uns. Aber du warst, also du bist Transformationscoach, Trainer, teilst insofern diese Welt mit uns. Du warst aber auch Wirtschaftsmathematiker und bist auch Professor gewesen, Lehrender. Und bist insofern auch ein bisschen ein Wanderer zwischen den Welten und dich interessiert, glaube ich, auch die Fragen des Wandels sehr stark und welche Welt wir aufbauen, in welche Welt wirst du uns reingucken lassen heute. Das ist meine Frage an dich und damit übergebe ich an dich. Thorsten, bitte. Herzlichen Dank, Wolfram. Hört man mich gut? Moin. Home is where Des Moines is. Freue mich sehr, hier zu sein. Hanno ist auch wieder da. Danke, dass du die Bühne angewärmt hast. Fühlt sich super an. Freue mich sehr, hier zu sein. Bin etwas nervös. Auch für mich war es die schwierigste Vorbereitung, deswegen guckte ich Hanno an. Das Thema hat es in sich. Und bei mir war es gleichzeitig auch die leichteste Vorbereitung, denn für mich ist es die erste Keynote. Genau. Und die Überschrift, die ich gewählt habe, ist höher, schneller, weiter. Was nun was tun, was wir tun sollen, hat Hanno dann schon in sieben Punkten erledigt. Das gibt mir etwas mehr Luft, vielleicht auch auf das Was-Lassen zu gucken. Da haben wir quasi unsere Rollen getauscht. Und die große Überschrift heute ist ja Postwachstumsoekonomie. Und wollen wir mal schauen, ob da andere Narrative drin sind. Und wenn wir mit Postwachstumsoekonomie unseren Diskussionsraum heute überschreiben, dann kommen wir ja nicht umhin, um, so ähnlich wie Hanno auch eingestiegen ist, einmal auf das Thema Wachstum zu gucken. Und ich habe das hier symbolisiert, indem ich unsere Erde als Grundlage genommen habe und einfach die zwei markantesten Spuren des Menschen aus meiner Sicht daneben gestellt habe. Also das Dollarzeichen steht für das Bruttosozialprodukt und das Wachstum über die letzten 60 Jahre. Und das ist einfach jetzt proportional, also es ist einfach im Verhältnis gesetzt. Und dann steht da unser Fußabdruck, den Hanno auch schon angesprochen hat, den wir uns ja nicht entziehen lassen können. Und für mich ist das das Symbol, wie wir mit der Erde umgehen. Genau. Und Hanno hat gesagt, das wäre eine Sucht. Und warum ist das so? Weil es sich für mich aus systemischer Sicht um einen Teufelskreis handelt. Und diesen Teufelskreis, diese Sucht, die hat der Soziologe Hartmut Rosa schön in seinen Büchern beschrieben. Er hat sich erst mit Beschleunigung auseinandergesetzt und hat sich dann dem Thema Resonanz gewidmet und hat gemerkt, wie die zwei Dinge miteinander zusammenhängen. Und die Schwarte ist ziemlich dick, 700 Seiten. Ich habe zwei Monate gebraucht. Es war nicht immer leicht. Und ich war es so vermessen, das in eine Abbildung zu packen. Hartmut, und man hört Hartmut Rosa in jedem dieser Worte, finde ich. Er fängt an mit den Steigerungslogiken. Das ist der Ausgangspunkt. Das ist diese Sucht oder der Wachstumszwang, von dem wir sprechen. Wo führt das zu? Es führt dazu, dass wir diese Ressourcen brauchen. Das hatten wir schon. Es führt aber auch dazu, dass wir dann in den Wettbewerb gehen um die Ressourcen. Und dann kommt etwas, was wir vielleicht teilweise auch kennen. Letztendlich fühlt sich das dann manchmal wie ein Alltagskampf an. Ich muss Familie managen. Ich muss in den ICE zum nächsten Beraterjob. Ich muss sehen, wie ich meine Kunden kriege und wie ich meine Mäuse verdiene. Und wenn es dann allzu frustig ist, dann gönne ich mir vielleicht dann die Reise oder irgendeinen anderen Konsum, vielleicht auch zum Teil zur Kompensation. Auch wir sind nicht alle vor der Entfremdung, die man in so einer Beschleunigungs- und Verdinglichungsspirale manchmal erleben kann. Auch in den Systemen, die uns ja auch was mit uns machen. Davor sind wir nicht gefeilt. Und das Ganze führt aber letztendlich zu diesem immer steigenden Verbrauch. Wenn wir das konsumieren, dann sind wir wieder in diesem Verbrauch. Und wir erhöhen unsere Reichweite. Auf der linken Seite versteckt sich also dieses höher, schneller, weiter. Früher sind wir mit dem VW Käfer maximal bis Italien gefahren. Und Hartmut Rosa hat den Begriff Reichweitenvergrößerung gewählt. Für das Ganze, dass wir einfach mehr wollen. Immer mehr und immer schneller. Und einfach auf diese Verfügbarkeiten setzen. Und dass es so weitergeht. Wie sieht das im Unternehmen aus? Ich glaube, es sieht noch immer in einigen Unternehmen aus, wie ich hier das in dem parallelen Teufelskreis skizziert habe. Die Theorie X hat Douglas MacGregor 1960 entwickelt. Und die Überschrift seines Buches ist schön. The human side of enterprise. Die menschliche Seite im Unternehmen. Vielleicht war er einer der Ersten, der darauf gekommen ist, die mal anzuschauen. Und ich glaube, viele von uns sind in seinen Fußstapfen unterwegs. Die menschliche Seite im Unternehmen. Und er hat festgestellt, dass es in vielen Unternehmen ein Klima gibt, wo dem Mitarbeiter nicht getraut wird. Wo davon ausgehört wird, von einem negativen Menschenbild. Nämlich der Mensch sei faul. Wenn der Mensch faul ist, heißt es, lieber mal nachschauen. Kontrolle ist besser. Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Wie heißen die Sprüche? Und dann kommen wir in etwas, was dem Mitarbeiter sehr auf die Finger schaut. Was ihn nicht gerade motiviert, sondern oft demotiviert oder sogar frustriert. Innere Kündigung. All solche Sachen. Vor allen Dingen führt es aber auch dazu, dass er sagt, okay, wenn ich irgendwie so einen engen Rahmen habe. Und mitdenken nicht erwünscht ist, dann mache ich das auch nicht. Dann mache ich die kleine Sache, für die ich in meinem Kästchen eingeteilt bin. Und da seht ihr in der Mitte die Pyramide und die Kästchen. Und nicht wenige in diesen Organisationen müssen sich dann in ein Kästchen zwingen und in die Rolle, die ihnen da anvertraut wird. Und in Summe ist das, was wir in der Betriebswirtschaft tun, wo wir im Kleinen denken, das ist gut, wir müssen die Zahlen erreichen, wir müssen unser Produkt rausbringen, wir müssen das Marketing machen. Das ist aber das, was in Summe im Großen den Schaden anrichtet. Und wir hatten vorhin den Fokus sehr auf der Naturerschöpfung. Und der möchte ich die Menscherschöpfung an die Seite stellen. Nicht nur die Natur ist erschöpft. Auch viele von den Menschen und viele von den Mitarbeitern in den Unternehmungen, in den Organisationen sind erschöpft. Das gehört zusammen. Und wie sehr das zusammenhängt, habe ich in dem unteren Satz versucht zusammenzufassen. Die Ökologie-Krise, aber auch die Sozialkrise, die an allen Ecken brodelt, aber auch die Sinn-Krise. Was will ich mit meinem Leben? Wie passt das, was da außen passiert, zu meinen Werten? Das sind alles letztendlich Resonanz-Krisen. Und Resonanz heißt, da geht es um Beziehung. Die gute Nachricht, ich versuche dann doch ein bisschen Hoffnung zu verbreiten, ist, Daxus McGregor ist nicht stehen geblieben bei der Theorie X. Das war ein bisschen das Menschenbild, was sein Vater verkörperte. Und der führte eine Arbeitermission. Und da wurden die Symptome der überarbeitenden Lohnarbeiter, die damals für wenig Geld das Ganze in Gang hielten, einfach nur behandelt. Und der Vater war sehr in dieser Theorie X-Welt. Und Daxus hat eigentlich ein anderes Menschenbild für sich gefühlt und das auch in einigen progressiven Unternehmen schon 1960 entdecken können. Und das ist hier abgebildet, die Theorie Y. Und die dreht das Ganze einfach mal um. Wir hatten vorhin einen Teufelskreis und im Deutschen gibt es gar nicht so ein etabliertes Gegenwort dazu. Dies könnte sozusagen ein Tugendkreis sein, zumindest wenn wir vom englischen Vicious Circle und Virtuous Circle ausgehen. Auf jeden Fall eine positive Spirale. Und die positive Spirale geht so, wenn wir ganz oben in der Theorie Y von einem Vertrauen in die Mitarbeiter reingehen, und so wie wir eigentlich auch in jedem Verein und auf jede Party gehen, dass wir einfach sagen, der Mensch ist gut. Ja, dann können wir ihm doch auch Handlungsspielraum gehen und darauf vertrauen, dass er selbst schon weiß, was das Beste ist. In so einem Umfeld fängt die Arbeit an, Spaß zu machen, weil ich mich ausprobieren kann und weil ich diesen Rückenwind spüre. Und dann bin ich auch bereit, den Stab zu ergreifen. Dann bin ich auch bereit, mich einzusetzen. Und das Schöne ist, das ist Win-Win. Das ist nicht reines Menschen und den Mitarbeitern was Gutes tun. Das ist ja für das Unternehmen auch gut. Wenn die Mitarbeiter dann richtig Lust haben, was zu tun, dann zahlt sich das wieder aus. Und so bewahrheitet sich sozusagen meine Grundvoraussetzung. Wenn ich das Vertrauen gebe und den Freiraum gebe, dann kriege ich das aber wieder zurückbezahlt. Das heißt, es könnte sich nach Douglas McGregor schon 1960 sowohl für die Mitarbeiter als auch für das Unternehmen positiv bemerkbar machen. Und dann habe ich versucht zu schauen, ob man diese Positivspirale auch insgesamt noch ein bisschen erweitern kann. Und das ist dieses Bild. Darab fließen dann Hartmut Rosa, Douglas McGregor und auch meine Erfahrungen aus der Transformationsberatung zusammen. Und ich fange mit etwas an, was vielleicht ein bisschen verwirrend erscheinen mag auf den ersten Blick. Aber das Vertrauen erkennt ihr schon wieder da oben beim Ausgangspunkt. Aber ich spreche auch von der Achtsamkeit, von Verletzlichkeit und in Summe heißt das von einer Wahrhaftigkeit. Also in eine neue Seinsqualität zu gehen. Wenn ich mich so zeige, wie ich bin, dann öffne ich mich. Und was dann passieren kann, ist, dass wir in Berührung kommen. Das ist das Risiko, dem wir uns dann aussetzen. Und Hartmut Rosa nennt das Resonanz. Und das Schöne ist, wenn wir in Berührung kommen, dann ist die Resonanz ja nicht nur zwischendurch, zwischen uns, sondern ihr hört es schon in meiner Stimme, dann bin ich auch berührt, weil ich mit mir selbst in Kontakt komme. Das heißt, hier könnte eine neue Qualität der Selbst- und Weltbeziehung versteckt liegen. Und das Schöne ist, wenn das aber so geht, dann fühlt sich das ganz anders an. Nicht nur auf der Arbeit, sondern auch im Miteinander. Und dann komme ich auch in meine Kraft und meine Selbstwirksamkeit. Und dann bin ich auch offener, wenn ich eine gute Ausgangsbasis habe, durch diese Vertrauensspirale, dass ich auch für den Wandel offener bin. Weil dieses Sperren gegen den Wandel ist ja eine Angstreaktion. Wenn ich aber insgesamt in diesem positiven Setting bin, ihr würdet vielleicht sagen, in einer positiven Rückkoppling, Feedback schleifen, da gibt es ja ganz viele Fachbegriffe und Blicke dafür, dann komme ich zu sowas, was Selbstwirksamkeit und Transformation befördert. Und dadurch werde ich aber auch ermutigt, mich beim nächsten Mal ebenso wahrhaftig oder vielleicht noch offener zu zeigen, mich berühren zu lassen und den Schritt weiterzugehen. Das heißt, meine erste These ist, dass der Kipppunkt für den sozial-ökologischen Wandel darin liegt, wie wir miteinander umgehen oder wie der Manager ins Team hineinruft. So schaltet es zurück. Denn wir bewirken alles Wirkliche. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich doch irgendwie die Karte finde. Ach, ich suche die ganzen Bommos nicht. Ich lasse sie einfach fließen. Schauen wir mal. Was ich versucht habe zu zeigen mit den Folien vorne ist, dass das große Thema Resonanz, was auf sehr viel Resonanz gerade stößt, mit den Feldern, in denen wir sind, die ja doch oft mit New Work, Agilität und ähnlichen Qualitäten überschrieben sind, sehr viel gemeinsam haben. Beides ist letztendlich ein anderer Seinszustand, der sich lebendiger anfühlt. In dieser alten Theorie X-Welt dominierte halt die Entfremdung. Und hier kann es lebendiger werden. Und das schließt dann vielleicht ganz gut an, wenn wir das Äußere verändern wollen. Und hier sitzen so viele kompetente Systemiker, dann komme ich nicht um den Inner Change herum. Es fängt bei mir selbst an. Und es fängt in meiner Beziehungsarbeit an. Und um das dann in den anderen Dimensionen zu framen, ist überall hängen die Sustainable Development Goals, Development Goals, die SDGs. Und wenn wir die 17 Punkte hinkriegen, dann sind wir an diesem Ziel. Die Halbzeitbilanz steht jetzt an, weil es ja bis 2030 gedacht ist. Und die wird niederschmetternd und ernüchternd ausfallen. Und was hat sich gerade in den letzten, ich glaube, zwei Jahren formiert? Die Bewegung für die Inner Development Goals. Letztendlich für die Zukunftskompetenzen, die wir brauchen. In den SDGs sind zu viele Fallstricke, und da schließe ich mich Hannos Credo an, da steckt, das ist Greenwashing der Vereinten Nationen. Im SDG 8 steckt das Wachstum als Prämisse drin. Und dann sind wir in den Süchten, dann sind wir in den Teufelskreisen. Das kann nicht funktionieren. Das ist der Screenwashing der Vereinten Nationen. So empfinde ich das. Gibt es Alternativen? Ich habe euch das gezeigt in den Kreisläufen, aber wenn wir in den Inner Change gehen, dann müssen wir mal ins Innenleben schauen. Und ich habe euch eine Folie mitgebracht, wo ich Grundbedürfnisse diskutiert habe. Und wer die von links nach rechts liest, dem werden die irgendwie vertraut vorkommen, nur die Darstellungsweise nicht. Ich sehe schon ein Nicken. Ja, ich habe den Abraham Maslow mal ein bisschen entzerrt. Der wird oft mit der Pyramide dargestellt. Aber diese Pyramide ist ein doppelter Fake Science. Weil diese Pyramide suggeriert eine Stufenentwicklung und dass wir uns immer nur um das eine Thema kümmern. In Wahrheit, das hat eben ein Unternehmensberater in einem Buch gemacht und seitdem verteilt sich das über die Welt. Und Maslow hatte eigentlich immer die Grundlage, dass alle Bedürfnisse parallel da sind. Dass vielleicht aber eines in einer gewissen Lebensphase oben präsent ist, was das Dominieren ist. Aber wir sind eigentlich alle multimotivational. Das ist ein schwieriges Wort. Ich versuche es für euch nochmal multimotivational unterwegs. Ich muss mir was Einfaches ausdenken. Und auf der linken Seite seht ihr das, was es braucht zum Leben. Ja, erstmal muss man eine Existenzsicherung haben. Man will aber auch eine Jobsicherheit oft haben. Und irgendwann, wenn das gesichert ist, dann regt sich aber auch das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Auf der Arbeit, im Verein, sonst wo, in irgendwelchen Peergroups. Und letztendlich kommen wir dann an eine interessante vierte Säule, was viel gepredigt wird. Auch auf LinkedIn, sage ich da aktuell, spannende Diskussionen. Nenne ich, ist es noch zeitgemäß und wie wichtig ist es, dieses Lob an die Mitarbeiter, diese Anerkennung zu verteilen. Oft hörte man, da ist richtig Nied nach. Ja, dass der Nied danach da ist, das sieht man hier. Was aber spannend ist, die ganze linke, dunkel gefärbte Seite kommt aus einer Mangelmotivation heraus. Ich brauche die Existenz und die Sicherheit erstmal so als äußeren Halt. Und das andere, diese Zugehörigkeit und Anerkennung, das soll mir von innen Stabilität geben. Aber ich komme eigentlich aus einer Bedürflichkeit heraus. Und das ist auch ganz normal und das ist auch in Ordnung. Und für viele Prozesse ist das auch gut. Wie auch das, was wir auf dem Weg gemacht haben, zu dem zeigt nun die richtige Wahl war. Wir wollten effizienter, wir wollten mehr Wohlstand. Das hat ja auch alles sein. Was Mastow dann rausgehauen hat und damit ist er durch die Decke gegangen, war die fünfte Welle. Und das ist die, die ja selbstverwirklich war. Das fühlt sich schon besser an. Mastow hat gesagt, das ist die einzige Motivation, im Gegensatz zu den anderen vier genannten, wo es nicht um eine Defizitbeseitigung geht, sondern wo ich mal ein bisschen Raum kriege, mich zu entfalten. Und gegen Ende des Lebens, Mastow hatte auch einen Herzinfarkt erlitten und hat seine letzten Jahre nochmal intensiv genutzt, das, was ihm wichtig war, nach vorne zu schieben, hat er ein sechstes Thema nach vorne geschoben. Und ich habe mich gefreut, vorhin auch schon bei Hanno das Wort Transzendenz zu hören. Und das heißt Selbsttranszendenz. Weil in der fünften Schiene, wenn ich mich selbst verwirklichen kann, ist es erstmal schön, mich zu entfalten. Aber wenn ich das nur für mich mache und letztendlich dann doch die dritte Jacht anhäufe oder den vierten Doktortitel oder die fünfte Buchveröffentlichung oder sonst was, dann wird es irgendwann auch schal oder leer. Und es wird erst erfüllend, wenn ich es mit anderen teile. Und das ist unter dieser Selbsttranszendenz entdeckt. Wenn ich also nicht mehr in dieser individualisierten Blase bleibe, weil dieses Linke, die linken vier, die halten diesen Wirtschaftskreis doch so wunderbar in Anerkennung. Weil ich bin ständig in der Existenzsicherung, ich bin aber auch ständig in dem Anerkennungsbedürfnis und dann bleibe ich in diesem Hamsterrad. Aus der Lohnarbeit auszusteigen ist fast unvorstellbar. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe drei Sabbaticals in den letzten 15 Jahren eingelegt. Und dann hatte ich immer ein Jahr lang, wo ich auf die Frage, was machst du, Gangwort habe, nichts. Es löst Befremden aus und fühlt sich manchmal ein bisschen einbinden. Und hinter dieser Selbsttranszendenz, da versteckt sich dann auch die Kraft der Sinnentfaltung. Ich bin nicht in der Selbstentfaltung nur, sondern ich bin in der Sinnentfaltung. Maslow war sogar in Diskussion, in wissenschaftlicher Diskussion mit Viktor Frankl, den viele kennen. Und bei Frankl heißt dieses Sinnverwirklichung. Das ergänzt sich ja schön. Nach der Selbstverwirklichung, die Sinnverwirklichung. Und das ist ein Pfad, den ein Mensch nehmen könnte, den vielleicht aber auch eine Organisation nehmen könnte. Und wenn wir ganz optimistisch wären, vielleicht sogar auch eine Gesellschaft, also in den ich gehen kann, in den wir gehen können, in die Welt gehen kann. Das heißt, wenn wir uns von dem Gestern lösen wollen, nee, Entschuldigung, wenn wir die Lösung vom Morgen anstreben, dann müssen wir uns vom Gestern lösen. Und Hanno hat dieses schöne Wort dafür ins Zentrum gesetzt, das heißt entlernen. Ich habe sehr lange auf das Buch seiner Zeit gewartet, das war ein Baustein, der mir noch fehlte. Und Hanno hat das lange angekündigt. Weil das ist der Baustein, den wir hier unten brauchen. Ich fange aber mal links an. Diese Welt von gestern, die wir jetzt verschiedentlich skizziert haben, das ist ja die Welt des Wachstums, die mit dem Wettbewerb gekoppelt ist. Und in einem Wettbewerb gibt es immer Gewinner und Verlierer. Das ist die Welt des Gewinnens und Verlierens. Und wir sind einfach privilegiert, dass wir zumindest ökonomisch, sag ich mal, oft auf der Gewinnerseite sind, weil wir hier schon geboren sind und weil wir vielleicht auch akademisch oder sonst wie uns dahin gearbeitet haben, wo wir heute sind. Und gleichzeitig gilt es, das ganze Spiel und diese ganze Dynamik mal loszulassen, zu entlernen. Weil wenn ich in was Neues will und ihr erkennt alle die Theorie EU von Otto Schama, die ich nur mit anderen Worten geframed habe, dann gilt es darum, erst mal sich leer zu machen, um wieder nach vorne die Energie zu spüren. Landebahnen für die Zukunft kreieren. Und ich habe das mit dem Wort imaginieren umschrieben. Da gibt es auch eine wunderschöne Metapher. Bei der Verpuppung von der Raupe zum Schmetterling ergreift das Imago-Prinzip biologisch. Die Schmetterlingszellen sind erst mal feindliche Zellen bei der Verpuppung. Und die setzen sich erst mal gar nicht durch. Die nennen sich Imago-Zellen, weil da schon das Neue der Schmetterling drinsteckt. Und es gibt auch da einen Kipppunkt. Das ist der biologische Kipppunkt. Wenn die sich vernetzen, dann werden sie in der Gesamtheit irgendwann übermächtig. Die Raupenzellen sterben ab und die Schmetterlingszellen setzen sich durch. Kurz nach meinem Buch ist dazu auch ein Buch entschieden, das leider nicht den Titel Imago-Prinzip trägt, sondern die Magie der Transformation von Reza Razavi. Ich habe es noch nicht geschafft, das zu lesen. Das liegt auf einem großen Stapel. Und wie sieht es dann morgen aus? Für mich ist das morgen eine Entfaltungswelt. Wir brauchen mehr Räume zu entfalten. Ich bin froh, dass wir heute auch einen Entlernen, Lern- und Entfaltungsraum hier vorfinden, indem wir das in tiefer, inhaltlicher, aber auch in tiefer Beziehungsqualität machen können. Und letztendlich müssen wir uns ausprobieren. Dann kann ich eigentlich hier aufhören, weil die Workshops sind ja angerichtet. Und da könnt ihr euch ausprobieren und könnt die vielen verschiedenen Farbe, die in die Zukunft führen mögen, einfach mal anführen. Und darum geht es. Loslassen, anführen. Das Alte ein bisschen mal zur Seite stellen und etwas Neues ausprobieren. Ach so, schön, dass der Pointer gerade nicht geht. das nicht ergeht, aber das ich nicht richtig gedrückt habe. Otto Schama, Theorie U. Otto Schama ist in der Nähe von Hamburg auf dem Bauernhof aufgewachsen, war Waldorf-Schüler und hat in einem seiner Bücher verraten, dass die Theorie U in ihrer Essenz auch und wesentlich auf Rudolf Steiner zurückzufinden. Und ich finde, da schließt sich ein schöner Kreis für mein Gefühl. Und das Spannende ist sogar, dass es dann zwischen Douglas MacGregor 1960 und Schama in den 2000ern einen Brückenmensch gab, der heißt Edgar Schatten. Der war Schüler von MacGregor und Mentor von Otto Schama. Offensichtlich hat das Ganze was miteinander zu tun. So, jetzt mal schauen, ob ich doch mal blättern kann. Wir haben das gestern, heute und morgen gesehen. Und das ist ein bisschen erschlagend auf den ersten Blick. Ich versuche nicht, das alles zu verstehen und in der Tiefe zu genießen, aber ich wollte es wesentlich noch anteasern im letzten Drittel meines Vortrags. Die erste Zeile ist, glaube ich, einigermaßen zugänglich. Ich habe gesagt, gestern herrscht dieser Theorie X, dieser Teufelskreis der Verdinglichung und Entfremdung und der Reichweitenvergrößerung. Und nach meiner Meinung sind wir heute mit 60 Jahren Vorlauf dabei, die MacGregor'sche Theorie Y mehr in die Praxis zu bringen. Das heißt, aus der Old Economy dem ein New Work entgegenzusetzen. Und so können wir die Spalten dann auch nach unten gehen. Das heißt, wir sind in einer sozial-ökologischen Transformation, die uns von der klassischen Ökonomie wegführt. Und die spannende Frage ist, wo führt das alles hin? Aber ich bleibe nochmal auf der linken Seite. Die klassische Ökonomie ist die der Individualisierung und des Konkurrenzkampfes, letztendlich des Egoismus Egoismus oder das Survival of the Fittest. Und was ist das denn, was wir heute versuchen, mehr zu etablieren und was sich in so Kreisorganisationen, soziokratischen Netzwerkstrukturen einfach besser auch schon anfühlt? Da steckt schon mehr Altruismus drin. Und Rüdger Bregmann hat den Begriff Survival of the Friendliest in seinem Buch im Grunde gut. Und das hat mir gut gefallen, ein Survival of the Friendliest als Nachfolger vom Survival of the Fittest. Und ganz schwierig ist eine Projektion nach vorne. Also das hier ist keine Vorhersage, sondern es ist einfach meine utopische Skizze, um das mal vorzuführen. Weil wenn wir in dieser mittleren Säule sind, dann besteht die Gefahr, dass wir nur uns von gestern wegbewegen. Und was wir hier vielleicht schaffen zusammen, ist verschiedene Bilder des Morgens zu generieren, die uns auch attraktiv erscheinen, die uns hinziehen. Und irgendwo sich hinzubewegen, macht viel mehr Spaß, als sich nur von irgendwas entfernen zu müssen. Und diese neue Kultur, die deute ich nur an, Abraham Maslow hat in diesen letzten zwei, drei Lebensjahren eine Theorie Z entworfen, die er nicht zu Ende führen konnte. Und da hat er einige Komponenten eines sinnvollen Seins umrissen. Da geht es auch um Spiritualität. Da geht es einfach um anderes Seinszustände, als wir sie bisher kennen. Bei Breck, nicht bei Breckmann, sondern bei Bergmann, das ist der andere, der Friedjof hängt bei uns allen das New Work. Der Titel des Bukes ist aber New Work, New Culture. Und wir üben uns sehr viel in New Work. Und Bergmann ist leider gestorben, aber er sehnte sich nach diesem New Culture. nicht aufzuhören, das Neue nur in den Unternehmen zu bringen, sondern das als neue Basis für unser kulturelles Miteinander zu geben. Und dem Begriff der Ökonomie und Ökologie habe ich die Ökosophie an die Seite gestellt, die Weisheit des Haushaltens. Das andere ist ja das Gesetz des Haushaltens oder die Logik des Haushaltens. Lass uns einfach die Weisheit der Natur vertrauen und wieder in regeneratives, zyklisches Denken und Fühlen kommen. Und dann sind wir irgendwann beim Holismus oder ich habe das dann auch ergänzt, Survival of the Friendness. Dann besteht eine Chance für ein Survival of the Whole und nicht mehr nur the fittest and the friendliest, sondern für alle. Oben die Abbildungen sind jetzt nicht selbsterklärend aus allem, aber ich möchte eben auf den Fußabdruck eingehen. Was heute passiert, wir versuchen den positiven Impact mehr zu messen. Und das stärkste Symbol, was ich dafür gefunden habe, ist der Handabdruck. Der wurde in Indien in so einer Pioneers of Education mäßigen Session entwickelt und das ist eigentlich der Handabdruck einer kleinen elfjährigen Inderen. Und die haben das in der nachhaltigen Bildung sozusagen entwickelt als das ist ein Symbol, was ich Positives tue. Sozial, ökologisch, wie auch immer. Und das passt gut als nächste Stufe für heute. Und ich habe den als Symbol für die Zukunft ergänzend zur Seite gesetzt, noch mehr aufs Herz zu hören, quasi den Herzabdruck zu machen. Und hier nochmal eine zweite Aufstellung, weil ich wollte den Rosa auch abrunden. Wenn ihr die dritte, die mittlere Zeile euch anschaut, dann kommen wir von der Entfremdung, versuchen heutzutage mehr Resonanzräume zu machen. Yoga auf der Arbeit gibt es auch schon. Die ganzen Sachen sind im Kommen und parallel mit Hanno glaube ich, dass wir noch mehr in die Entfaltung und Transzendenz gehen können und damit in die Essenz abkommen oder in dem, was sich Herzabdruck gemeint hat. Und was es heute so schwierig macht, ist, dass diese positiven Entwicklungen, die wir sehen, die wir vielleicht noch versuchen mit zu initiieren und wo es so tolle Bewegungen gibt. Ich fange nicht an, irgendwas aufzuzählen, weil es einfach zu viel Gutes gibt. Ich hoffe, dass noch diese stärkere Vernetzung, das Imaro-Prinzip greift. Aber das, was wir tun, das ist das Richtige, aber es ist noch in dem falschen Gesamtsystem. Und deswegen fühlt sich das so schwierig an, weil das die Schmetterlingszellen sind in der alten Raupendien. Und die werden erstmal bekämpft. Frederic Lallou, der heute noch nicht zu Wort gekommen ist, nannte das Friendly Aliens. Das heißt, wenn wir in diesem anderen Miteinander und in diesem anderen Haltung da rangehen, dann fühlt sich das für die alte Welt da draußen manchmal ein bisschen komisch und seltsam an. Wie sich zum Beispiel eine Stille eines Meetings erstmal seltsam anfühlt. Eine Zusammenfassung von dem, was ich versucht habe, hier wirklich nur skizzenhaft mal anzudeuten, ist aber ein ganz starker Erkenntnis finde ich, verbessern wir unser soziales Klima, verbessert sich auch das Weltklima. Und da gibt es schon lange Erkenntnisse zu, dass die Staaten, die eine gleichere Vermögens- und Einkommensverteilung haben, diejenigen sind, die auch am nachhaltigsten Wirtschaft sind. Noch nicht grün, aber nachhaltiger als die, wo das GAP immer weiter auseinander geht. Und dass das GAP in Europa, USA und so weiter immer weiter auseinander geht, ist ja klar. Und gerne noch einen zurückbleiben, bitte, danke. Oder habe ich das jetzt gedrückt? Egal. Und das findet sich interessanterweise in dem neuen Report vom Club of Europe. Letztes Jahr war 50 Jahre Grenzen des Wachstums 2022. und die haben das neue Ding genannt Earth for all. Die haben fünf Säulen entwickelt für Zukunftsfähigkeit. Und ich glaube, die ersten zwei, die werdet ihr schnell wiedererkennen und einen Haken machen. Das ist Energie. Klar brauchen wir den Wandel dort Richtung Regenerativität. Das zweite ist Ernährung. Das ist ja jetzt auch stark im Kommen und einfach wird immer mehr Konsens, dass wir weniger Tiere entwickeln, dass das riesige Impact-Verhältnisse hat für das Ökosystem. Das dritte ist die Armutsbekämpfung, an der wir schon lange dran sind. Und man sich fragen kann, wie weit sind wir da gekommen? Da ist das Glas manchmal halb voll und manchmal halb leer aus meiner Perspektive. Und das vierte und das fünfte, die sind interessant, das vierte ist, die Ungleichheit zu bekämpfen oder in der positiven Formulierung eine gleichere Welt anzustreben. Und das heißt nicht, alle sind gleich, aber die Unterschiede kleiner zu machen, damit es allen gut wird. Und das ist beim Club of Rome, die mit Grenzen des Wachstums und mit der Ökologie anfingen, die sind jetzt einfach auch im sozialen und im Beziehungsraum deutlich angekommen. Das fünfte ist noch eine sehr interessante Sache, da geht es um Geschlechtergerechtigkeit und da geht es um das Empowerment für Frauen. Weil es auch da logische Reduktionen gibt, dass wenn die Frauen endlich besser unterstützt werden, gerade auch in den benachteiligten Ländern, dann haben sie mehr Zugang zu Bildung, kriegen in der Regel weniger Kinder und das ganze System stabilisiert sich, die Frauen halten die Gesellschaft zusammen und haben da eine unglaubliche Rolle, die ja wenigstens in den Diskussionen mal langsam auch mit Verkehrarbeit und tausend anderen Faktoren und Equal Pay und 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 und. Wenigstens diskutabel ist, aber auch Equal Pay kommt schon aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, damit hat jemand die Bürgermeisterwahl in New York verloren, war noch nicht dran. Gut, jetzt gerne weiter, danke Caro. Wir sind mit höher, schneller, weiter angefangen und ich habe schon gesagt, ich würde gerne dem ein bisschen hoffnungsvolles Narrativ schon entgegensetzen können, auch wenn ich nicht genau weiß, was da kommt. Und aus dem, was ich gesprochen habe, habe ich drei Sachen kristallisiert. Die Achtsamkeit, die ist schon in aller Munde und wenn ich achtsam bin, dann bin ich das meist in mehreren Dimensionen. Ich bin achtsam mit mir selbst, wenn ich gerade in die Meditation gehe, ich werde aber meistens auch achtsamer im Kontakt und vielleicht sogar auch im Naturkontakt und im Weltkontakt. Das ist eine ganz andere Ausgangsbasis. Das zweite ist die Verbundenheit. Es funktioniert nur in Gemeinschaft und es funktioniert nur im Zusammentun. Und auch die Verbundenheit kann man aber in allen Dimensionen. Ich bin mir selbst treu und verbunden. Ich bin verbunden mit euch, aber ich bin auch verbunden mit einem größeren Ganzen, einem Sinn, einem ökologischen Wandel, was auch immer. und das letzte Wort, was vorhin in der Mitte des Vortrags ein bisschen befremdlich und sperrig daherkam, hat hoffentlich ein bisschen mehr grüne Farbe für euch gewonnen, weil selbst die Wahrhaftigkeit kann zum sozial-ökologischen Wandel beitragen, weil es den Nährboden setzt für die Resonanz. Und in der Mitte habe ich gesagt, wir sind einer Resonanzkrise, wir sind eigentlich noch in starken Entfremdungen von uns selbst, der Natur und den Anderen. Und wenn wir da zusammenrücken und Resonanzräume erschaffen, und ich glaube, der heutige ist so einer, dann habe ich Hoffnung. Dann bin ich auch der Halbvollen. Dankeschön. Applaus Applaus Ja, lieber Thorsten, ja, vielen, vielen lieben Dank für diesen hochinspirierenden Vortrag, bei dem auch wieder, also, ich dir da so zugehört habe, das ist so eine Reise, die du auch mit uns unternommen hast. Ich möchte es jetzt so machen, ich würde eine Eingangsfrage, vielleicht zwei, mit dem Thorsten hier einfach besprechen, dass wir haben aber jetzt dann 20 Minuten Zeit und die würde ich wirklich gerne nutzen, dass ihr, dass wir alle mit dem Thorsten in ein Gespräch kommen, also wir sind hier, Caro und Andrea sind Mikros unterwegs und bitte, wann euch dann die Inspiration kommt für eine Frage, für eine so ein Thema, was ihr hier reinbringen wollt, dann bitte folgt eurem Impuls, so wie vorhin. Aber vielleicht ganz kurz zum Eingang, Thorsten, verstehe ich dich richtig, wenn ich diese Ansätze zum sozioökonomischen Umbau so verfolge, verstehe ich dich da richtig, dass du eigentlich die Hoffnung, Hoffnung, du hast Hoffnung? Verstehe ich dich da richtig, dass du eigentlich immer wieder ans Individuum, an uns, an das gemeinsame Miteinander kommst und eigentlich weniger Hoffnung auf den Systemumbau an sich setzt? Kann ich das, ist das so wiedergegeben? Verstehe ich dich da richtig? Ja und nein. Ja und nein. Ist mein Mikro noch an? Ja, ist noch an, passt. Ja, nein. Ich habe gesagt, System change is inner change. Und was ändert sich dann? Das Innere und das Äußere. Und das ist die Einzelperson, das bin ich, das ist das Miteinander, das ist das Wir und das ist die große Welt. Und es braucht alle drei Dimensionen und natürlich braucht es auch eine staatliche Rahmung, Incentives und so weiter. Auch das braucht es alles. Es wäre eine Überforderung des Einzelnen und es wäre auch ein Bleiben im alten Denken, wenn wir in der und auch anthropozentrisch vielleicht anmaßen, wenn wir darin bleiben, ich kann die Welt retten. Aber ich kann anfangen, wir können anfangen und wir können die größeren Systeme in Erklärungsnote und Entscheidungsnote bringen und die entsprechenden Sachen fordern, die wir dazu brauchen, die Rahmen. Das ist ein Zusammenspiel. Aber der Startpunkt, wenn es einen gibt oder ist das für dich ein Kraftfeld, wo es gar nicht so wichtig ist, aus welcher Ecke die erste Anregung kommt, die erste Irritation. Da bin ich völlig offen, weil ich das nicht losgelöst sehe. Wir trennen das oft und ich trenne das auch in meinem Buch vom Ego zum Echo, vom Fußabdruck zum Herzabdruck. Da trenne ich die drei Ebenen Welt wie ich, aber nur um sie wieder zusammenzubauen und zu sagen, dass es nur im Zusammenspiel geht. Und irgendwie muss man die Themen erstmal im Kopf sortieren. Aber in der realen Welt hängt das ja alles miteinander zusammen. Thorsten hat das Morgen in seiner Begrüßung und auch ihr anderen habt es ja angedeutet, die Komplexität ist erschlagend. Magst du noch ganz kurz, ich bin auch bei dem Begriff Wertschöpfung, den wir ja alle kennen, den kennen wir einfach aus dem Kapitalismus zentrierten Zusammenhang. Du hast Wertschöpfung durch Wertschätzung oder ist das eine Anstatt oder wie ist der Begriff bei dir belegt? Wie wird der lebendig? Ich habe übernommen diesen Slogan Wertschöpfung durch Wertschätzung. Das ist im Prinzip das, was wir gerade in der Theorie Y-Spirale gesehen haben. Wenn ich Vertrauen in die Mitarbeiter reingehe, dann kriege ich auch die Initiative zurück und letztendlich auch den Outcome, wo ich sagte, es ist eine Win-Win-Situation der Einzelnen fühlt sich wohler und das Unternehmen hat aber auch Profit durch die Initiative. Und so habe ich das vor ein paar Jahren mal erkannt und auch so formuliert, aber übernommen, der Satz ist ja nicht von mir und inzwischen bin ich so weit, dass ich gesagt habe, das kehrt sich auch um. Wertschätzung durch Wertschöpfung, das hat auch die andere Seite und dann sind wir doch wieder im Kreislaufen im Systemischen. Aber ich erlebe dich so, dass du die Hoffnung nicht aufgibst, dass tatsächlich im Bezug untereinander viel Gutes entstehen kann, eine Wandelpotenziale entstehen kann. Das ist eine der Quellen, wie vorhin genannt, du kannst immer in die drei Dimensionen springen. Und das Spannende ist, wir sprechen vom Ich, aber wir wissen ja, dass das eine absolute Illusion ist. Der Mensch existiert nicht im Singular. Wir existieren nur miteinander, wir entwickeln uns nur miteinander und wir können nur miteinander. Und von daher ist der Individualismus und die Singularität Kopfgebräu, aber nichts lebendiges. Gut. Ich spähe mal ein bisschen in den Raum, ob ich hier Bewegung sehe. Ja, bitte, gerne, Tina. Vielen Dank an euch beide für uns hier gedanklich abholen. Ich hänge ein bisschen an deiner Tabelle mit dem gestern, heute, morgen, weil in der Tabelle sieht es ja so aus, als wäre das zeitlich voneinander getrennt und so ist es ja nicht, sondern es findet ja alles jetzt schon heute statt und wir sind ja hoffentlich alle in Kontexten sowohl von gestern, heute als auch morgen eingebunden und was ich mich frage und da wäre ich neugierig, deine Antwort zu hören, wie gehst du mit dir um, indem immer wieder dich im Wechsel zwischen in einem Kontext sein, der schon wie morgen funktioniert, dich in Kontext bewegen, wo die Welt noch wie gestern ist, also wie schaffst du es, das hin und her für dich selber einzuordnen und dich immer da jeweils sinnstiftend einzubringen? Da habe ich kein Patentrezept, da habe ich schlechte und gute Tage. Wenn ich in den Systemen von gestern bin, dann geht es mir nicht immer gut und gleichzeitig ist es das, wo sie sind und was uns auch hierhin gebracht hat, dass wir uns in diesem Luxus und dieser Fülle bewegen. Von daher ist es der Versuch eine Akzeptanz, die mal besser und mal schlechter will. Ich bewege mich viel in dieser mittleren Schiene und du hast aber absolut recht, es ist alles parallel, aber ich brauche es halt sozusagen, um es überhaupt zu benennen und veranschaulichen zu können. Und mein Ansinnen war aber auch für das Morgen erste visionäre Begriffe, weil wir suchen hier ja auch nach Diskussionssubstanz, dafür brauchen wir auch Worte. Hanno hat uns das Wort Entlernen geschenkt und ich habe ihm noch ein paar an die Seite gestellt, damit das morgen sich auch zieht. Mich persönlich zieht es enorm in diese Welt von morgen und ich habe glaube ich eine Spalte hier, eine Zeile für euch unterdrückt aus dem Buch, aber die lautet, in der ersten Spalte ist es eine Welt des Habens, das ist ja offensichtlich. Die zweite habe ich auch aus Hannus Buch, eine Welt des Entwerdens, auch ein Begriff, den man nochmal setzen lassen kann und dem dritten habe ich ganz einfach das Sein entgegengestellt und dann habt ihr Erich Fromm, was ja auch sehr gut passt mit Haben und Sein und dem habe ich, natürlich klingt es dann bei mir polar, aber es kann ja nur miteinander, ohne ein Haben auch kein Sein, das sind ja die Grundbedürfnisse, die wir haben, aber ich versuche mich mehr in die Sachen des Seins zu bewegen und das versuche ich immer Step by Step und deswegen nehme ich oft diese Sabbaticals, um wieder mehr ins Sein zu kommen, weil wenn ich in einem System die ganze Zeit funktionieren muss, die Theorie U habe ich in meinen drei Jahren Transformationsberatung immer im Schrank gesehen und nicht geschafft zu lesen und dann habe ich rausgenommen, habe ein Sabbatical gemacht, habe das Buch angefangen, damit ich endlich Bücher lesen kann und mein neuestes Projekt, an dem ich teilhaben kann, das hat jemand anders entwickelt, das nennt sich Bachelor of Being, also Bachelor des Seins und das ist ein Orientierungsprogramm für junge Menschen zwischen 18 und 25 und für sich die Fragen, wie will ich leben, zu beantworten und ja, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das erzählen darf, ich habe letzten Sonntag einen Zusage gekriegt, war die letzten drei Tage in Kassel, um das vorzubereiten mit einem geilen Team und ich habe sowas von Bock und das Einzige, was uns fehlt, sind auch ein paar Teilnehmer, also wenn jemand noch ein Bachelor of Bienen machen will und zwischen 18 und 25 ist, vielleicht habt ihr zu Hause welche. Das sind ja fast alle, also nicht hier so. Aber da hinten gab es schon Fingerzeige. Ja, vielen Dank für deinen Vortrag. Ich merke, ich habe mit zwei inneren Bewegungen drauf reagiert. Mit zwei? Mit zwei? Hört man mich gut? Ja, mit zwei war es. Mit zwei inneren Bewegungen drauf reagiert. Genau, das eine war, dass ich sofort so ein Ja hatte, als du gesagt hast, es geht um den inneren Wandel, weil ich es bei mir selber so erlebt habe, dass es eine innere Transformation war, die dafür geführt hat, dass ich ein bisschen weggekommen bin von der Frage, wie kann ich mich optimal selbst verwirklichen, wie kann ich ein schönes Zimmer in diesem Haus einrichten, hin zu der Frage, was braucht das Haus von mir, also wie kann ich nützlich sein in diesem Haus und das zu einem kraftvollen, auch manchmal sehr mühsamen Engagement in Sachen Nachhaltigkeit bei mir geführt hat und es ist nicht immer einfach und es ist nicht immer schön und es ist auch nicht, man macht sich auch nicht beliebt damit immer und das ist auch anstrengend. Das war so das eine und das andere ist aber, dass ich auch gedacht habe, ich habe so gedacht, seit den 70er Jahren leben wir in einer Welt, in der es noch nie so viel Coaching, so viel Psychotherapie, so viel Selbsterfahrung, so viel Persönlichkeitsentwicklung, mehr als je zuvor in allen Jahrhunderten, denke ich jetzt mal gegeben hat und trotzdem, wir haben es vorhin von Hanno gehört, leben wir in einer Welt, in der so viel ausgebeutet wird und zerstört wird, wie noch nie vorher und wie geht das zusammen, also wie kann es sein und dann kommen mir schon Zweifel, ob dieser Transfer funktioniert, ob wenn wir uns im Innen entwickeln, ob das im Außen sich niederschlägt und ob wir darauf hoffen können, dass die Entwicklung im Inneren tatsächlich eine Entwicklung im Außen nach sich zieht und ich habe da leider tiefe Zweifel, muss ich sagen. Genau, weil im Moment noch nicht reagiert wird auf das, was die akute Bedrohung tatsächlich ist. Insofern zwei Reaktionen, ein Ja und ein Nein auf deinen Vortrag. Ja, den muss ich gar nicht so viel an die Seite stellen und ich werde es auch versuchen, kürzer zu halten, weil noch ganz viele Hände da sind. Ambiguitätstoleranz, fiel mir vielleicht die beiden Fragen vorhin noch ein und vielleicht gibt es so viel von dem, was so viel braucht. Ja, danke für den Vortrag. Ich bin hängen geblieben bei der Wellen, bei dem Wellen-Girgramm. Ich spreche. Hi. Matthias, Entschuldigung. Kein Problem. Ich bin hängen geblieben bei dem Wellen-Bild und ich bin, ein Teil meines Lebens darf ich in einer Bürgerbewegung verbringen, die mehr oder weniger der Theorie Y entspricht, wo sich Menschen versuchen zu verwirklichen und tatsächlich was gegen die Krisen unserer Zeit, mit den Krisen unserer Zeit zu tun. Und was aber, was ich dich fragen wollte, war, wie würdest du Selbstverwirklichung oder sogar Selbsttranszendenz in einer Gruppe beschreiben? Also, wie funktioniert, wie passiert Selbstverwirklichung so, dass sie in Gesellschaft funktioniert? Denn ich bin bei meiner Vorrednerin, das ist mir ein bisschen zu individualistisch gedacht. Also dieses Diagramm, so wie es da steht. Wir brauchen irgendwie Wege, wie wir das gemeinschaftlich tun, diese Selbstverwirklichung. Denn, jetzt komme ich wieder auf mein privates Beispiel, da treten halt massive Konflikte auf. Und vielleicht kannst du was dazu sagen, was deine Erfahrungen sind mit so Konfliktmanagement oder mit dem Umgang mit Konflikten in Organisationen jeglicher Couleur, in denen Menschen plötzlich Initiative zeigen dürfen, können, wollen und dann aber Konflikte auftreten, wenn wir keinen Chef mehr haben, der sagt, links rechts, sondern Bürgerbewegungen sind, die das Beste will und trotzdem gibt es verschiedene Perspektiven darauf, was das Gute ist und jeder sich selbst verwirklichen möchte und wir am Ende dastehen und potenziell sogar einen emotionalen Scherbenhaukel haben. Was machen wir dann? Du bist am Anfang nochmal auf die Wellen eingegangen und bist auf der rechten Seite gelandet bei der Selbstverwirklichung und Selbsttranszendenz und hast dich gefragt, wie das im Kontext gehen kann. Und meine Ansicht ist, dass wenn ich, ich selbst sein kann in einem Kontext und so haben wir das versucht, im Transformationsrahmen zu bauen. Wir haben sichere Räume gebaut, in denen die Mitarbeiter nicht in ihren Rollenhüten reingehen, sondern indem sie als Matthias, Tina, Thorsten, Silke reingehen und sich da ganz anders zeigen können, eher so, wie sie sich im Verein und zu Hause zeigen. Das heißt, die Grundlage für die Verbundenheit ist, dass ich erstmal bei mir selbst auch ankommen kann. Das heißt, diese Freiräume, die sind in beiden. Ich kann nicht selbst sein, ich kann nicht selbst aber sein in einem behaftigen Wir dann auch. Ja? Also die Sachen, ich sehe dich noch zweifeln. Im Zweifel müssen wir das dann nachher anschließen und gerne weiter diskutieren. Aber ich sehe die beiden in Verbundenheit und habe das so erlebt. Und deswegen habe ich Verbundenheit auch als zweiten Wert geschrieben, ja? Ja, dass das keine individualistische Show ist, sondern das Verbundenheit ist das Mittlere, was das Ganze zusammenhält an der Stelle. Und Konflikte, ja, ich habe überhaupt keine Ahnung von Konfliktmanagement, von daher wäre jede Antwort vermessen. Ich habe aber einen interessanten Begriff gelernt und der heißt Creative Tension. Das heißt so viel wie kreative Spannung. Die Frage ist, steckt in dem Konflikt vielleicht eine produktive Spannung, die man nutzen kann? Weil da kommen ja alte Sachen, da kommen Emotionen, da kommen Wünsche, Bedürfnisse zusammen. Und ist in einem sicheren Raum, den man bildet, wo jeder so sein kann, wie er ist und wo ich reelle Zukunftsaufgaben im Team am lösen bin, ist da dann nicht vielleicht auch der Raum, diese Schleifen zu drehen und dadurch ein neues Miteinander auch zu erlernen. Weil das, wo wir hinwollen, fällt ja nicht alles vom Himmel, sondern wir müssen die alten Sachen entleeren und neue Tugenden lernen. Und gerade in den letzten drei Tagen, in den Diskussionen, die wir geführt haben, habe ich mich stark darin geübt, dass wir im Team, dass das passte. Und dann sind wir aber auch, wir hatten gestern zwei Stunden richtig im Tief und waren in einem unangenehmen Dings, weil es ein Thema war, was nicht leicht zu lösen war. Und wir haben uns dann nicht rausgelassen. Wären wir aber am Anfang da rausgestiegen, wären mindestens zwei Leute am Tisch gewesen, die starke Kompromisse hätten machen müssen und mit einem Bauchgrummen da rausgegangen sind. So haben wir zwei Stunden alle in den Bauchgrummen ausgehalten und noch eine Schleife und noch eine Schleife. Und danach war es nicht heile Welt, weil dieses Gewitter nach und nachwegte. Aber es war besser, als in Gewinner und Verlierer aus dem Leben zu gehen. Gut, soweit. Nächste Wortmeldung ist da oben. Bitte. Hallo zusammen. Vielen Dank für die beiden Keynotes und auch für deine, Thorsten. Ich habe in deinem Denken ganz viel Verbindung gehört, also ganz viel sowohl als auch, auch jetzt gerade in deiner Antwort, Konflikte kann man auch als Spannungen sehen, die man auflösen muss und als kein Krieg eine Seite gegen die andere. Du hast ganz viel von der inneren Entwicklung gesprochen und die innere Entwicklung als Treiber der Veränderung des Außen propagiert, sage ich jetzt, also formuliert. Ich würde gerne sowohl die innere Verbindung, die innere Entwicklung, also als sowohl setzen und dann dich fragen, das als auch ist die Realität draußen in der Welt und vielleicht nicht nur die Realität hier bei uns im Rudolf-Steiner-Haus oder bei uns hier in Deutschland oder bei uns hier in der EU, sondern die Realität in einer globalisierten Welt, die den ganzen Globus umspannt. Und wie verbindest du die Realität, dass immer noch hunderte Millionen von Menschen in diesem Wellenbild ganz links sind, weil die Wachstum, weil die Wohlstand brauchen, weil die Armut leiden, weil die an Hunger sterben, mit der Tatsache, dass wir uns jetzt hier mit der inneren Entwicklung ganz rechts beschäftigen, um die Welt irgendwie besser zu machen. Einfach nur so dein Eindruck, wie ist es sowohl als auch, wie verbindest du diese beiden Realitäten in deinem Wirken und in deinen Überlegungen? Letztendlich sprichst du ja den Weltschmerz an, den wir da spüren. Wir sind oft sehr unzufrieden und frustriert mit dem, wie es im Gegeneinander läuft. Und wir probieren uns miteinander, um für morgen ein anderes Welt- und ein anderes Füreinander möglich zu machen. Und jetzt bin ich von meiner Antwort abgekommen mit der Vorrede. Lass mich eben gucken, ob ich es noch finde. Ich habe gerade meinen Faden verloren. Alles gut. Wir haben ein paar Wortmeldungen noch. Aber wir können gerne im Anschluss nochmal ansetzen. Ich habe gerade den Gedanken verloren. Wobei ich ein kleines bisschen eine Timekeeper-Qualität dahinter setzen muss. Ich glaube, jetzt war aber der Lotz tatsächlich. Bitte. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe bei beiden Keynotes, der vom Hanno und auch von dir, so zwei Reaktionen gehabt. Den einen hat bei mir so ein bisschen einen radikaleren, kämpferischen, das hat er vom Hanno-Eindruck hinterlassen, bei dir einen sehr sanften, friedlichen. Und bei beiden habe ich mir die Frage der Anschlussfähigkeit gefragt. Denn letztendlich zieht derartige Aktivitäten, ist es ja Wirkung zu erzielen. Und auch im Prinzip im Anschluss an meinen Vorredner ist dann immer die Frage, wie bringe ich derartige Gedanken an andere Menschen, die in einer anderen Welt leben, an einem Gedankengut und wie bringe ich im Prinzip auch das dazu, dass es dann Wirkung entfaltet. Wie sind deine Erfahrungen dazu mit einer sehr sanften Methode, die mich sehr an christliche Werte oder auch an Gewaltslosigkeit erinnert, die ja auch ihre Grenzen gefunden hat an bestimmten Stellen. Deswegen würde mich mal interessieren, welche Reaktionen du da bekommen hast. Eine zweiteilige Antwort hoffentlich kriege ich diesmal hin, weil der erste Teil auch deine Frage noch abzieht, weil du wieder auch von Realität sprichst. Jede Realität ist ja Potenzialität. Wir bewirken alles Wirkliche. Wir sind schon auch die Gestalter, auch wenn wir im gleichen Maße auch gestaltet werden. Da haben wir wieder sowohl als auch. Und ich meine, dass wir die Veränderung am besten miteinander spüren. Es ist ja ziemlich erkannt jetzt, dass dieses Erlebnislernen das tiefere Lernen ist. Das heißt, ich muss einfach neue Situationen kreieren, in denen ich spüre, was anders ist und wie anders ist und wie anders sich das anfühlt. Und letztendlich habe ich das vorhin als sichere Räume skizziert, weil wir da wirklich in Konzernen sichere Räume skizziert haben, wo das Team zwar Verantwortung hat, aber auch geschützt war. Weil es sind diese Schmetterlingszellen, die werden sonst von außen befeuert. Was macht ihr dann da? Yoga und Händchen halten und Kaffeekränzchen und auch Blipscharts. Das kennen wir ja alle. Das ist auch dieses Friendly Aliens von NALU. Und das ist extrem schwierig in großen Organisationen von gestern, das Neue da zu implementieren, weil wir, wenn wir da Begleiter sind, haben ja auch eine Verantwortungspflicht für die Einzelnen, für die Zellen des Neuen gegenüber und mit dem Alten. Und ehrlich gesagt habe ich da keine fertigen Antworten sozusagen, wie wir das Neue und Alte da verbinden können. Und meine Denk- und Haltungs- und Anlassweise ist da, gemeinsam mutig in einen schrittweisen Experimentierraum zu gehen. Das heißt, das Innere zu stabilisieren, das Neue miteinander, damit es dann tragfähig ist, um draußen mal durchzuschauen. Und dann scheint es nicht gleich in der ganzen Kraft und in der ganzen Konsequenz wie innen, weil das für das Außen überfordert wäre. Und dann kommst du aber irgendwann in eine Prozesshaftigkeit. Und das Interessante ist aber, wenn du es erst im Innen ausprobierst und da entsteht ein neues Energiefeld, dann ist das ein wahnsinniger Attraktor für die da draußen. Natürlich hörst du viel Kritik und so, aber du hörst auch Neid dann auch teilweise hinter die Kritik und du hörst auch den Wund, ach ich würde eigentlich das gerne auch mal ausprobieren. Und das ist ja eine schöne Situation, wenn man die kreieren kann, indem man sozusagen neue Imago-Zellen im Unternehmen kreiert und eigentlich eine intrinsische Motivation und einen Zug von außen generiert im Unternehmen. Ja, wir wollen da auch mal reinkommen, wir wollen da auch mal teilhaben. Und das sind nur erste Schritte. Aber eben so ein kleines Bild. Ich hoffe, du kannst da was mitmachen. Gut, danke. Wir springen nach ganz hinten. Anna, bitte. Ja, danke. Hallo Thorsten, erstmal danke dir sehr für dein Keynote, danke auch an Hanno. Meine Frage an dich, das schließt jetzt wunderbar an den Vorredner an, mich hat tatsächlich sehr dieses Bild getriggert, der Raupe und der Schmetterlingszellen. Und ich habe viel mit Menschen, mit Entscheidungsträgern zu tun, die aufgrund ihrer Rollenaufträge, das, wie sie mandatiert sind, die Systemgrenzen, in denen sie sich bewegen, für sich sagen, ich kann nicht der Schmetterling sein. Ich kann nicht eine dieser Zellen sein. Es ist nicht passend. Entspricht nicht meinem Auftrag. Ich habe nicht die Zuschreibung dafür. Und dennoch sehne ich mich, hier wirksam zu werden. Was kann ich tun? Und das würde mich interessieren, ob es in deinem, der Vorredner hat es sanfter Ansatz genannt, ob du da auch innerhalb deiner Communities, ob es da schon Dialog zu gibt, was können die Machthabenden, die Mächtigen, die Aufsichtsräte, die Geschäftsführer, die Politiker, innen, bei allem innen auch. Vielleicht magst du uns da, wenn da schon was da ist, da noch ein bisschen teilhaben lassen. Das würde mich sehr interessieren. Danke. Ja, ich möchte nachträglich auch noch die ganzen Innen anhängen, die ich möglicherweise überschlagen habe. Vielen Dank. Da bin ich zum ersten Mal skeptisch. Wenn die Verantwortlichen im Unternehmen, die Führungskräfte, die die Vorbildfunktion haben, nicht bereit sind, das Schmetterlingsgewand anzuziehen, dann ist das der größte Händschuh im Unternehmen. Dann ist es irgendwie, ihr habt eine kleine Experimentierschule, ihr könnt da was machen, wir gucken mal, ob da was entsteht. Das hat eine große Chance für eine Todgeburt, wenn da nicht irgendwie andere Energien und Möglichkeiten sind. Von daher hatten wir das Glück im Settings, dass wir mindestens einen Schmetterling auf der obersten Führungsebene gefunden haben, der sich dazu bereit erklärt hat. Und dann muss man immer noch sehr behutsam mit den ganzen Themen umgehen. Aber es braucht in dem alten System auch einen sichtbaren Führungsschmetterling, weil sonst wird das als Experimentierraum und nicht die Ernsthaftigkeit abgetan. Und dieser Führungsschmetterling hat auch die Verantwortlichkeit, den Raum zu halten, dass in diesem neuen Experimentieren für neues Miteinander und füreinander und letztendlich neue Kreativität und Innovation, was ja auch der Wunsch auch vom Unternehmensseite dann dahinter ist, dass der ernsthaft ist und gehalten wird und dass sie das durchziehen können. Und dass dann hoffentlich die anderen Prozesse dann passieren, dass da ein Pull kommt, statt ein Push. Du kannst es nicht als Push über die Organisation rausrollen, es muss eine Sehnsucht und ein Pull kommen. Da gibt es ja nicht Zitate. Aber da muss ich dich einmal enttäuschen, dass ich mir den Schmetterling in der Führungsliebe wünsche, sonst sehe ich da große Probleme überhaupt. Ich habe da weniger Hoffnung, als ich es sonst an anderen Stellen bin. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, Platz vielleicht für eine Frage noch. Du hebst deine Hand sehr entschlossen. Ich möchte dich auch sehr gerne dran nehmen. Noch zwei, aber damit müssen wir es, glaube ich. Wer bitte? Mikro ist schon da. Alles gut. Eins, zwei und damit würde ich abschließen. Ja, danke für eure sehr bewegenden Vorträge. Hier. Ich bin Christine und ich bin gleichermaßen verstört und hoffnungsfroh. Wie ich hier jetzt so sitze. Und wenn ich gerade diese Übersicht hier anschaue und uns als Plenum auch angucke, ist das ja auch etwas, wo wir alle sehr privilegiert sind. Wir sind teilweise schon an Punkten, wo wir in den grünen Bereich reingucken. Das war ja auch hier mein Vorredner von hier oben mit unseren Privilegien. Wir können uns das mit Sicherheit intensiver fragen. Manche müssen schon im braunen Bereich abbiegen. Wir verlangen da ganz viel von Ihnen tatsächlich, um auch diese Wände hinzubekommen. Und beim Thema Privilegien, so eine kleine Selbstbeobachtung. Bei uns war ein Wasserausfall. Wir hatten kein fließendes Wasser. Und ich habe dann gemerkt, wie hart es ist, auf Privilegien zu verzichten. Also ich war da richtig gehend wütend auf Systeme, auf was auch immer. Und bevor wir darüber nachdenken, was die anderen machen könnten, möchte ich noch mal gerne die Frage stellen, wie schwer fällt es uns denn selbst, tatsächlich auf diese täglichen Privilegien auch zu verzichten, um genau dahin zu kommen, dass wir die Mago-Zellen sind, damit wir diese Vision von dem Haus, das du aufgemacht hast, Hanno, tatsächlich auch zu verwirklichen. Und das ist kein einfacher Weg, glaube ich. Und diese Räume von Verlernen, die dürfen auch diese Emotionen, glaube ich, auch im Raum halten dürfen. Da braucht es diese sicheren Räume, um genau darüber zu sprechen, dass man tagtäglich auch manchmal an sich selbst scheitert, einen hohen Anspruch und eine hohe Erwartung an sich selbst hat und der teilweise selber nicht gerecht wird. Und wir gehen dann in die Organisationen und predigen den anderen, was sie zu tun haben, wo wir selber mit strugglen. Also das ist für mich auch nochmal ein Punkt, der hier reingehört und der auch vielleicht zu weiteren Austausch und Diskussionen anregt. Es fängt tatsächlich auch mit uns selber an und sich das gewahrwerdend, dass das kein einfaches ist. Danke. Vielen Dank für den sehr intensiven und breiten Input. Maja Göppel spricht von Deprivilisierung. Da müssen wir hin. Das ist dieses Kultur, das genug. Da kommen wir nicht umhin. Und was mir bei deinem Sprechen kam, ist, wir sind von Natur aus sehr dankbar, wenn es gut ist. Manchmal nicht mal das, was wir als selbstverständlich und verfügbar angehen, wie das warme Wasser. Und ich bin irgendwann im letzten Jahr auf die Erkenntnis gekommen, eine interessante Energie hat die Verbindung zwischen Dankbarkeit und Gut, wenn wir die umgehen. Das heißt, wenn ich mein Dankbarsein spüre und da hingucke, dann hat es eine gute Chance, gut zu sein. Und dann komme ich vielleicht in eine andere Sicht von dem, was gerade ist, nämlich von der Fülle, von der Überfülle, in der wir sind. Und vielleicht finde ich da auch dann Wege in ein Genug drin. Also Nico Pech fällt mir da ein, ein bekannter Hochschullehrer mit Suffizienz und so weiter. Bei dem habe ich das Gefühl, der lebt das auch. Und es ist viel leichter, darüber zu reden, als das zu leben. Und von daher muss ich dann erst mal fünf Jahre wieder schweigen. Okay, danke schön. Eine Wortmeldung haben wir noch, dann müssen wir weiter. Ja, hi. Ich weiß nicht, ob ihr mich hören könnt. Genau. Ich gehe nochmal einen zurück, denn alles, was wir jetzt von der Mangelmotivation kommen und diese Generation des mehr, mehr, mehr. Wenn wir jetzt sagen, mehr ist vorbei, dann ist ja im Menschen sofort das Gefühl des Verlustes. Da wird ja was weggenommen, weil es plötzlich aufhört, mehr zu werden. Und was für Anreizsysteme gibt es? Also wie kriege ich Leute dazu, dass sie überhaupt Bock haben, Schmetterling zu werden? Weil der Anreiz, erst mal zu sagen, ich habe ganz viel Verlust und ganz viel wird mir weggenommen, macht ja total was und macht erst mal ein Beschützendes. Und dieses Mein-Schatz-Ding, wo man irgendwie sagt, das will ich nicht hergeben. Also gibt es da, wie sind da dann gegangen zu Anreizsystemen oder müssen wir ganz einfach auf ganz viele Schmetterlinge warten, die nachkommen? Das dauert mehr. Oder müssen wir auf Schmetterlinge warten, die nachkommen? Das würde mir zu lange dauern. Ich habe das Gefühl, dass da viele Schmetterlinge nachkommen. Ich würde mir noch mehr wünschen, aber ich finde es Wahnsinn, was ich da ziehe in der jüngeren Generation. Ich bin jetzt auch froh, dass ich dann intensiv mit der Generation zusammenarbeiten kann. Das ist ganz berührend, wie die unterwegs sind und ja auch mit denen kämpfen, mit denen wir kämpfen. Aber nochmal am Anfang ihres Lebens nicht mit den Werkzeugen und Erkenntnissen tust, die wir haben. Und was du ja ansprichst, ist quasi der Weg von der Sucht weg, die Hannu hatte. Und mir kam gerade die Assoziation, du kommst nur von der Sucht weg, wenn du anderen suchst. Da fragst du dich jetzt mit der Sehnsucht. Du kommst von der Sucht weg mit der Sehnsucht. Und Sehnsucht nach was Anderem und was Neuem. Und vielleicht hilft es, wenn wir es nicht nur immer als Weniger titulieren, weil dieses Genug ist mit der Dankbarkeitsbrille immer noch eine Wahnsinnsbrille. Und wenn wir das erkennen und das ausprobieren, das Schöne ist, in diesen neuen Räumen sind die Geschenke unsäglich. Ich verdiene jetzt weniger als vor 20 Jahren zu Beginn meiner Karriere in so einem gemeinnützigen Setting. Und ich bin beschenkt mit 18- bis 25-Jährigen, die sich auf den Weg machen. Es ist eine andere Bezahlung mit Wertschätzung. Ich glaube, da haben wir jetzt noch viele Wörter und Ebenen nochmal einmal anders gefremd zusammen. Ich hoffe, dass es ein bisschen passt. Sehr schön. Vielen Dank. Ein hoffnungsvolles Schlusswort. Herzlichen Dank, Thorsten. Herzlichen Dank.